Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich wieder ein Mailday und zwar vom guten alten Armboxing & Play Wir haben so ein Tausch-Mailday gemacht Auf seinem Kanal kommt das, was ich ihm geschickt habe und hier kommt natürlich das, was er mir geschickt hat Und was hier alles drin ist, sehen wir nach dem Intro Ja, seit längerer Zeit haben wir wieder beschlossen einen Mailday zu machen, also so einen Tausch-Mailday Ich bin mal gespannt, was er mir hier zugeschickt hat Ich habe es noch nicht geöffnet, gar nichts Ich habe nur die Adressen hier unkenntlich gemacht Ja, ich hoffe, dass es mit der Kamera geht Ich kann jetzt nicht zoomen, das ist ein bisschen blöd So, wir öffnen mal das hier Ich bin mal gespannt, ob er einen Brief reingemacht hat So, ich bin gespannt, was hier drin ist Ich glaube, ich habe den Brief schon Oh ja Oh, der hat mehr geschrieben wie ich Okay So, da oben steht auch, Brief darf vorgelesen werden Hätte ich eigentlich erstmal hier so Aber ich wusste ja, dass er So Äh, grüße dich, Stürmi Aha, Urmel, aha, Rentner Ich freue mich über den Tausch und auch über unser zweites Mailday Ich hoffe, du freust dich über die Booster und dann sage ich bis zum nächsten Mailday oder vielleicht zum neuen FIFA EA Teil in ProClub Äh, ich habe das neue noch nicht Äh, grüßt den Pfleger von mir, XD Äh, bis dahin dein Unboxing & Play Aka Jules Unboxing & Play und dann Du musst nicht alles direkt auspacken Ich sehe auch einzelne Videos von allen Bayern Okay, vor allem Bayern Okay Das heißt, er hat mir irgendwas von Bayern hier reingemacht Da bin ich mal gespannt So Oh Okay, ich tue alles mal nach und nach Okay, hier ist ein Paket, ein Päckchen Uh, yeah So Weiß ich ja nicht Äh Geil Bayern Trading Cards 2015 Oha 2015 Das ist natürlich krass Haben wir hier Oh, hier Magitex Bundesliga 2020 21 So Weiter geht's Das war bestimmt mit der Letzte So, was haben wir hier Oh, hier ist was abgegangen Oh Was? Kindheit, legendär Kindheit, legendär Schade ist abgegangen Aber ich denke mal, dass das hier alles so drin war Geil Harry Potter Sticker Weißt du, sind das Karten und Sticker? Äh, ja Von welcher Serie ist das? Hogwarts Das ist cool Harry Potter Da habe ich noch einiges Hier ist nochmal ein Bundesliga Ähm Was haben wir denn hier noch? Oh Oh Okay, hier ist noch Hier hat sich noch einer verirrt Oha NFL Habe ich noch nie was geöffnet NFL Cool Da freue ich mich drauf Bin mal gespannt Und Also NFL Sticker Sticker und Karten Cool Geil Lieber hat er drauf geschrieben Ja, ist ja Football Fan Boah Champions League 2015 2015 16 Die Nordic Edition Boah Hier Müller drauf Thomas Müller Boah Die werden ja was für meine Booster Sammlung Wenn Okay Warte mal Kurz gucken Ob da verschiedene Oh ja Sogar verschiedene Booster Das ist nice Das ist cool Das ist sehr cool So, wir haben es gleich Oha, was ist das denn? Ach, das sind die fehlenden Genau Die fehlen mir noch Euro 20 24 Sticker Darum ging es ja eigentlich Um die Sticker Aber wir machen natürlich immer ein bisschen mehr rein So Bester Verein und beste Stadt Hier Köln Da hat er mir schon mal was zugeschickt Von Köln So Das müsste glaube ich gewesen sein Jawohl Reicht auch vollkommen Jo Ähm Da würde ich sagen Was öffnen wir denn mal? Ich würde sagen Bayern mache ich glaube ich extra Bayern mache ich extra Hier NFL würde ich auch gerne extra machen Da würde ich sagen Wir öffnen hier die Bundesliga Oder Bundesliga So Ich hoffe man Sieht's wegen der scheiß Kamera hier Ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben Ob das so in Ordnung ist Oder Ich habe im Moment Null Kohle Auch weil ich umziehe Für irgendeine Kamera so kaufen So Oh yeah So wir haben hier Klub 100 Von Marcel Dann haben wir hier noch von Union Berlin Marvin Marvin Friedrich Nächster Booster Ich habe ihm auch ein paar Sachen reingemacht Aber ich glaube so viele Serien nicht Ich glaube 2,3 oder so Ihr seht's ja bei ihm Kommt gleichzeitig Kommt gleichzeitig Äh Gleichzeitig Kommt zur gleichen Zeit Wie mein Video So Wir haben hier Piontek Als Starspieler von Hertha BSC Dann haben wir hier Dann haben wir hier Victor von Wolfsburg Dann haben wir hier Was Gubelou Keine Ahnung Von Augsburg Oh noch ein Augsburger Da haben wir Rani Khedira Dann haben wir hier Maurice Trapp Von Osnabrück Letzter Booster hier Von der Serie Mal gucken Ob ich noch irgendwas öffne Vielleicht was von Köln Wegen UP So Wir haben Starspieler Max Kruse Hier bei Union Berlin Dann haben wir hier Leroy Sané Von Bayern Dann Kopfüber Dann haben wir hier Von Freiburg Yannick Haberer Dann haben wir hier Christian Gentner Ich wollte schon Gentner sagen Von Union Dann haben wir hier noch Von Aue Nazarov Nazarov Von Aue Das waren die drei Booster Der Bundesliga Komm Da öffnen wir noch hier Was davon Bester Verein Und beste Stadt Haben wir Das Erste FC Köln Sammelalbum Ich glaube das hier geht Um den Verein Und das hier geht Um die ganze Stadt Glaube ich Öffnen wir noch Eins von denen Und eins von dem Und dann war es das Mit diesem Video Will da nicht so lange halten So Ich kann hier auch nicht so viel sagen Hier Hier scheint irgendwie Karneval Keine Ahnung Wie gesagt UP könnte da wahrscheinlich Mehr dazu sagen Wenn er noch irgendwas braucht Von den Stickern hier Wo ihm fehlen Kann er ja Mir schreiben So Was haben wir dann hier Klaus Meierstein Das ist in der Physiotherapie Leiter Physiotherapie So Dann machen wir noch Eins von hier auf So Und direkt Reichsparkasse Köln Bonn Direkt mal Kredit Abschließen Ne Quatsch Ähm What Was What What is What 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 is Is What Okay Et Kölsche Grundgesetz Artikel 4 Okay Dann haben wir hier Der Dom Der Dom Kennt ihr wahrscheinlich Jeder Der Dom Unser Schmuckstück Oh ja Leider schon verstorben Der gute Mann Dirk Bach Schade Schade Oh ja Wer kennt den noch Tony Polster Hui Der war ein geiler Stürmer Ja Ja Da würde ich sagen Äh Nochmal vielen Dank OP Für den Geilen Tausch Mailday Ich bin mal gespannt Wie dein Video Äh Angekommen ist Und da würde ich sagen Bis zum nächsten Mailday Äh Orakel Ein anderes Video Und da würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen Tschüss Dann Bis zum nächsten Mal.